Wir holen unser Dachzelt ab. Hallöchen, wir sind Mario und Anna und sind bei Campwerk. Schaut mal, hier hängen einige unserer Bilder und wenn ihr mal hier seid, schickt uns gerne ein Foto. Wir dürfen mit in die Werkstatt, wo das iCamper Skycamp 3.0 schon bereit liegt, bzw. hängt. Der Jonas zeigt uns alles und wir dürfen auch mit anpacken. Für jedes Auto wird immer speziell geschaut, wie sich das Dachzelt gut platzieren und mit anderen Aufbauten kombinieren lässt. Wir haben hier noch eine 270 Grad Markise angebaut. Wow, was sagt ihr zum Setup? Wer uns kennt, weiß, dass wir direkt die erste Nacht darin übernachten, auch wenn das Wetter nicht ganz nach Sonne aussah. Mehr Infos in der Beschreibung und kommt mit!